Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema quadratische Funktionen. Hier werde ich kurz die Definition von quadratischen Funktionen vorstellen und ihre wichtigsten mathematischen Eigenschaften besprechen. Hier haben wir also schon den Funktionsterm einer quadratischen Funktion stehen, ist üblicherweise auch definiert als eine Funktion f von einem Argument x und dann habe ich zuerst den Summanden a mal x² plus b mal x plus c. Also ich habe einen quadratischen Term mit der Steigung a, einen linearen Term mit der Steigung b und dann noch einen Achsenabschnitt oder eine Konstante c. Wie schaut so eine Funktion aus? Die hat also so eine Parabelform und hat entweder ein Minimum, wenn ich also eine Parabel habe, die nach oben offen ist, ist der Scheitelpunkt dieser Parabel das Minimum der Funktion oder wenn die Parabel nach unten offen ist, ist der Scheitelpunkt das Maximum dieser Funktion. Und den Scheitelpunkt kann ich aus den Parametern der Funktion auch leicht ablesen. Das ist einfach minus b dividiert durch 2 mal a. b eben die lineare Steigung und a der quadratische Steigungskoeffizient. Und für diejenigen von euch, die schon Differenzialgleichungen kennen, die wissen auch, wie man das leicht ausrechnen kann, ich zeige das hier im Vorgriff schon mal kurz her. Wir könnten uns also anschauen, an welcher Stelle ist denn die Ableitung dieser quadratischen Funktion gleich 0. Und das wäre also 2 mal a mal x wäre die Ableitung des quadratischen Terms plus b ist die Ableitung des linearen Terms und die Konstante c fällt beim Ableiten weg. Und wenn wir das gleich 0 setzen und auflösen, dann können wir zunächst das b auf die rechte Seite bringen und dann noch durch 2 mal a dividieren und kommen dann drauf, dass das minus b durch 2 mal a ist. Für diejenigen, die Differenzialrechnung und Optimierung noch nicht kennen, ich werde die Details dann noch in einem späteren Video genauer erklären. Okay, und dieser Scheitelpunkt ist, wie gesagt, das Minimum, wenn die Funktion nach oben offen ist. Man nennt sie dann auch konvex. Das heißt also, dass alle Verbindungslinien, die ich zwischen zwei Punkten hier zeichnen könnte, dass die oberhalb von der Funktion liegen. Und das ist immer dann der Fall, wenn dieser Koeffizient des quadratischen Terms, wenn der positive ist. Hingegen, wenn der negativ ist, dann ist die Funktion nach unten offen und dazu sagt man dann auch konkav.